Willkommen bei das Hippodrom von Alexandria. Das größte Hippodrom der Stadt war das Lageon, benannt nach Lagos, einem Vorfahren der Ptolemäer. Die Menschen von Alexandria liebten Pferderennen. Sie waren fasziniert von der Rivalität bei diesen Rennen, der Agone, wie sie damals hießen, die jeden dieser Wettkämpfe beherrschte. Es war ein Kampf um Ruhm. Das wichtigste Wagenrennen war das Tetripon. Die Wagen waren mit vier Pferden bespannt, das schnellste von ihnen rechts vorne. Das Rennen ging über zwölf Runden. Am Ende des Hippodroms mussten scharfe Kehren bewältigt werden. Die Sieger wurden mit Kränzen aus Olivenzweigen gekrönt und erhielten Geldpreise. Die begehrteste Auszeichnung aber war es, Eingang in die Werke von Dichtern wie Kalimachos oder Pindar zu finden. Leier beherrschende Hymnen. Wen der Götter, wen der Heroen, wen der sterblichen Menschen besingt ihr? Heilig dem Zeus ist Pisa und den olympischen Wettkampf hat von des Kriegesbeute Herakles Macht begründet. Teron preiset, o Seiten, und sein siegerringendes Vierergespann. Ihn, den gerechten Gastfreund, Akragas Stütze, seiner hochverherrlichten Väter Blume, ihn, den Städteerhalter. Reichtum und Ruhm bringend, die Verdienste der Heimat zu mehren. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!